Und siehe, ein Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gottlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Herrschaft, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Weder Tag noch Nacht, und um den Abend wird es Licht werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Es kommt der Tag, an dem er erscheint. Unser Ziel ist nicht auf dieser Erde, wir wählen heimwärts Ziel. Unser Ziel ist nicht auf dieser Erde, Sichtbares muss vergehen.